Halli-Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria Yaaay Hallo Hallo Wir sind jetzt wieder Ich bin ein Einhorn Ja, er ist ein Einhorn Ein hässliches Einhorn Und wir sind, ähm Jedes Hopps Wir sind jetzt im Dämonengebiet, weil wir jetzt dieses eine Monster beschweren waren Wie angekündigt Ja, Tom Mach mal Gucken, was uns erwartet Wir wissen's ehrlich gesagt alle selbst nicht Ja, einer muss oben bleiben, das wisst ihr, ne? Nee, ähm, Felix ist oben Voll Ich kann ihn nicht Ey, halt, stopp, wartet, ähm, Felix, ich hab Hosen für dich Ja, die wollte ich mir grade holen Hä? Oh, das hört sich böse an, wer bricht sich das ein? Hä? Ne, wir müssen scheinbar auf die Nacht warten Mist Achso Ne, loo, ich hab jetzt so'n Fail Achso, oh, das ist kein Monster Noo Hey, yo Was denn? Das sei... Man kann seinen Begleiter beschwören und keinen Gegner Achso, hey Hat sich gelohnt, okay, gehen wir zurück Schön Wollen wir nicht gleich einfach nach rechts gehen und ein bisschen Meteoriten fahren? Ja, und klar Kommt ja nur nach 5000 Blöcken, aber naja Ach, ich bin schnell da Ja, du solltest aber nicht vorrennen, du stirbst ja nimmer Was? Was? Matt Stimmt ja gar nicht Stimmt ja gar nicht Ich hab' mich auch Nein! Oh, 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 oh Siehste, Dominic stirbt nämlich Oh, 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 oh Was? Siehste Hast recht Hab ich's nicht gesagt Ja, passiert Äh, Leute, wollt ihr nicht warten? Wollen wir nicht alle zusammen mal marschieren, so? Marschieren! Bin ja schon gleich wieder da Ich kann ihn wirklich nicht töten, das ist echt doof Soll ich die Löcher eigentlich zumachen? Hört sich das nicht schön an, Felix Nein Lass den mal beschworen, mal gucken, ob der uns gut hilft Hört sich ein bisschen an, als würdest du Chips fressen Boah, Jom, hör bitte auf, das ist eklig Ich freck mich Oh, da bin ich Schnell weg, schnell weg Von wegen geschlossen, Dominic Halt, wartet Mein Gott, die anderen laufen weiter Wartet, Leute, wartet Halt, stopp, Leute Warten Felix braucht ein bisschen, der kommt nicht klar Der kommt in ein Loch gesprungen Ach, Felix Felix, das ist eine schöne, farblich passende Rüstung Sieht echt gut aus Nicht so wie du? Oh mein Gott, da kommt etwas aus meinem Körper raus Ja, bei mir auch Ach so, das ist euer Begleiter Ist das, was hier rumfliegt oder was? Wieso hast du schon versucht, den anzugreifen die ganze Zeit? Ja Ich denk die ganze Zeit, was nur los, aber nee Oh mein Gott Ich würd's weiter versuchen, vielleicht liegt nur der Server Ja ja, Dominic Natürlich Wartet bloß nicht auf mich Ihr mit euren OP-Sachen da Nee, wir haben noch keine guten Sachen, Felix Boah ey, das Mist hier ist scheißig Erschreck mich jetzt mal, wenn ich's sehe Ja, hier ist zwar ne Hülle, aber egal, ja okay, dann lass mal die mal Hülle sein Ja, genau Leute, jetzt geht ihr wieder weiter, was soll das? Ey, aber ich film das einen Kaktus weiter als du Tolle Länge ein Komm mit seinem komischen Feeder, Alter, pack das weg Das geht nicht weg Das macht komische Geräusche Das gehört nicht weggehen Ja, ey Ja, ey Wer ist jetzt hier der Neue? Ja man, ich muss erstmal klarkommen Komm mal klar Ja Gott, wie das hier rum geht Also Hauptsache bei Dominic leckt das nicht, ey Ist auch so Hä, wieso, bei mir leckt's auch nicht Ja, bei mir leckt's nicht, weil ich der Horst bin Der Horst Genau, der Horst Ja, Leute, wartet bloß nicht Okay Mensch, wie sie... Ah, hier ist der Ozean, oder? Ne doch nicht, ne Ey, was am Arsch? Da kommt erstmal noch ein Meteorit und ein riesiger Baum und alles Ah ja, einen Baum seh ich hier schon Du siehst einen Baum? Okay, dann muss der riesige sein Alle anderen Bäume dürften hier nicht mehr sein Ja, hier ist ein größerer Baum Ja, genau Hier bin ich lang gegangen Alle anderen hab ich nämlich abgeholzt Darum ist hier alles nur Wiese Das war eigentlich hier alles voller Bäume Schön Ach stimmt ja, da wo wir mal hammer viel Holz brauchten Genau Oh, Alter, dieses Vieh geht mir auf den Sack Hör auf, das knirschen zu lassen, das ist ja... Hör auf, es zu lassen Hör auf, das knirschen zu lassen Oh mein Gott, das fängt schon an bei Dominik, dass es laggt Ich bin so ein bisschen nach... Ich bin so ein bisschen nach... Viel Spaß beim Sterben Ey Leute, wartet doch mal, es wird jetzt nachts gefährlicher in der Nacht Echt mal, ich hier hinten mit meinem Einhornhelm hier Ich hab meinen Begleiter Hm, ist da... Äh, Tom, ist da irgendwas unter uns? Das ist so ein bisschen hell gewesen hier an der Ecke, oder? Ne, hab ich mich getäuscht, okay Du hast dich getäuscht Naja, hell ist es ja Einen Und noch einen Ich mag das gewollt Lukas, das ist immer noch dein Zombiearm als Waffe Da Ja Ernte Oh Tom Ihr habt ja schon diese Dämonenschwerter, das hab ich ja noch nicht Und? Felix auch nicht, also... Ja Felix ist ja gerade erst neu dazugekommen, ich bin ja schon ein bisschen dabei Also gerade nun nicht, also er ist schon seit ein paar Folgen dabei Boah Ja, naja Seit ca. einer Stunde Ah, hier ist er mit Rüde Ja Ihr könnt ihr jetzt gefalllos raufhybrieren, ne? Achso? Ja, wir haben doch jetzt den, ähm, Helm So, ach geil, stimmt ja Ja, kann man die eigentlich auch mit meiner Spielzeit eigentlich abbauen? Muss man probieren Ne Ja, du musst mich dann protecten Genau Genau, ihr seid beide... Macht dein Ding das nicht? Was? Ne, wir brauchen diese Albtraum-Spitzhacke, brauchen wir Ihr müsst uns beschützen, einer in der anderen Richtung, bitte Hm Das ist Teamwork Na Gott sei Dank, ist Felix hier Bei mir porten sich die Dinger immer Na, dein Begleiter macht ja gar nichts, ich dachte, er kämpft wenigstens oder so Ja, hab ich auch gedacht, aber... falsch gedacht Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Ding ankommt Pfff Oua Dominik Ja, du darfst nicht mehr im Sand... Ich würd sagen, wir bauen die Meteoriten komplett ab und dann gucken wir erstmal, was da... ...dafür alles brauchen überhaupt Ja, wir können Meteoritenrüstung machen Weil... Die kriegt davon alle... Ja, ne, hätt's gedacht Ich krieg die... Ja, die kriegst du wirklich Weil da gibt spezielle Waffe... Die ist bestimmt scheiße, stimmt's? Ne, ähm, weil, ähm, du kannst damit, ähm, das ist ne magische Rüstung, die denn magische Angriffe verstärkt oder halt... Oder... Du brauchst dich für eine spezielle Waffe, kein Mana Genau, für die eine Waffe brauchst du keinen Mana, die du auch noch erkriegst, da du unser Magier wirst Also porten sich die Dinger nur bei mir, oder...? Nur bei mir sind sie ganz okay, also ich weiß nicht, irgendwas stimmt bei dir denn nicht Ah, irgendwie Felix, du bist scheiße, siehst du ein Hamashi ist scheiße Nein Doch Nein Du brauchst einen eigenen Zauber Nein, das ist nicht wirklich nicht bei so wenig Leuten Du kannst dafür, Hamachi, nicht die Schuld geben, Hamachi, verbindet uns nur Ja Ja, genau, letztes Mal als ganz gut funktioniert, also ist dein Fehler Naja Felix, du bist einfach scheiße Ja, genau Du bist scheiße Mann Muss ich hier nicht beschützen, kann ich aber verrecken lassen Ich werde nicht verrecken Ja, ich weiß Was einfach zu gut Aber wir starten ja dann im Dämonengebiet wieder Wann? Na, wenn wir sterben Na, wenn wir sterben Na ja, also trotzdem mal so ein paar tausend Blöcke Würdest du mir trotzdem meine Aussichtsplattform lassen? Es wird alles abgebaut hier Ja, das kannst du ja zuletzt abbauen Wir können uns Wir können uns Nachher können wir uns glaube ich noch ein Obsidian Schild sogar machen aus der Maske, ne? Ja, ne, wir brauchen Ey, yo, Dominik Mach mir hier nicht alles kaputt Bau bloß nicht alle Bau bloß nicht als erstes darfst ab, worauf ich stehe, Tom Ey, ich baue von oben nach unten, was ist daran verwerflich Ich baue von oben nach oben Ich stehe da so ein bisschen drauf Ich stehe da so ein bisschen drauf Von unten nach oben geht aber auch nicht so gut Yeah 30 Critschaden Yeah Ne, ich glaube es gibt auch ne spezielle Geschoss Munition Mit Meteoriten Ja, Meteoritenpugeln Was, was, war bei denen nochmal so besonders? Ich glaube die sind nochmal gesprungen, ne? Weiß ich ganz ehrlich nicht Ey, gib mir mal eure Meteoriten Alles was ihr habt? Ich hab gar keinen Doch, du hast keinen Siehste, ich weiß das Ähh, hab ich Meteoriten Nope Ne, hab ich nicht Tam, du hast es schon zugeworfen? Ne, ich hab erstmal gesucht da 244 Das ist gut So, ich würd sagen nachher, wenn's Ne, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen immer weiter Und dann gehen wir an der Küste sterben So weit ist der doch nichts gegangen, Dominik Ne, ne, bis für Meteoriten Der hatte ich alleine noch keine Chance, so wirklich Stimmt, ach ja, hier Ach cool, ähm, Fackeln bitte hinsetzen Wir machen den jetzt aber nicht, ne? Nein, auf keinen Fall Den Typen nicht ansprechen Nein, nicht den Typen ansprechen Was ist denn das hier? Eine Stätte für einen Endgegner Ähm, pack mal bitte in den Raum noch ein paar Fackeln ein Das werden wir aber erst später machen, wenn wir wirklich ein bisschen weiter sind Aber das Gebäude war früher aber blau So warm wird's gar nicht mehr dauern Ne, ein bisschen noch, dass wir wenigstens ein bisschen noch vorbereitet haben Das Bett abbauen? Ne, lass einfach stehen Geil wie er da jetzt hochkommt und wir nicht Hm Ah, ich komm hier aber auch grad nicht hoch Wisst So, warte Jo, ich bin oben GZ Du musst von der Seite springen, Felix Da aus dem Wald raus und dann hoch Naja, mich hatte das Vieh bloß gerade angegriffen Achso, na, so kann man es auch machen Einfach hochbauen Ich hab grad ne Linse bekommen, da fällt mir ein, wann wollen wir das Auge... Ops, tot! Scheiße! Können wir auch bald machen Ich bin grad mal gestorben Ja, klar Lass mal auf Felix warten Ja, ich bin grad mal gestorben Aber du hast noch gar keine magische Kugel, ne? Haben wir noch eine zufällig? Nein, habt ihr glaub ich nicht Doch, ich glaub ihr habt meine... Oder haben wir die überschüssige... Die habt... Die habt ihr unbedingt ja verfeuert Stimmt Alter, der weiß... Der weiß mehr als wir, ey Ähm, ja wir, ähm... Lukas, geh mal raus ein bisschen Monsterschnetzeln, ähm, für Geld Ja, man muss dazu sagen... Verkauf dich für Geld Ähm, ich hab ne Waffe gefunden für dich, ähm... Felix Was? Einen tödlichen Zombie-Arm Yeah! Schießt der? Ne, Nahkampf Der ist Nahkampf, aber war richtig nice Den hab ich auch Ja, aber keinen tödlichen Der tödliche hat richtig geile, ähm, Boni Was sagt der? Geschwindigkeit dazu und Schaden dazu Keine negativen Attribute Goll Tödlich halt, ne? Ohne Witz, der hat keine Reichweite Jetzt hat er Reichweite Einer wartscht mal bitte mit ner Fackel rum, Felix Ja, ich würd ja gerne hinterher kommen Aber du rennst einfach vor Warten wir einfach mal, Felix Und Lukas, du rennst rum und tötest Monster einfach Nö, ich bin euch schon jetzt hinterher gerannt Ja, du kannst ja auch aufm Weg den Monster töten Wir brauchen viele Monster Also viel Geld von den Monstern Ja, ich renn ja schon Ähm, Tom, du kannst auch deine Kugel machen noch Wir müssen Ey, wir müssen nachher noch gucken, wieviel Ich renn hier bloß mit ner Fackel rum und verrecke, Tom Sternenschnuppen brauchen wir noch ein bisschen nachher Fünf braucht man jetzt für einen Kristall, der Tom so verbilligt Achso, cool Fünf nur noch Könnt ihr mir ein paar Äh, ja LOL, was ist das? Hüt ihr? Was? Ja, wir sind denn hier auch am Ozean Äh, nein, der Ozean Wieso? Äh, ich hab ne Idee, Tom Kommst du da unten? Ich möchte einen Abfluss bauen ganz gerne Hahahaha Hey, mein Bild Ja, lass... Lass mal den Ozean abfließen Fangen wir aber erst nächste Folge an Okay, na denn Wir sehen uns jetzt nächsten Folge Ja, auf jeden Fall Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020